Gewebe und da hat er, glaube ich, einen... Ja, ich glaube, das ist der einzige, der Andi mal ins Brett-Tau gemacht hat für dich. Den habe ich gebraucht gekauft vom Stil. Ja, ja, sehr schön. Nein, da lässt du dich jetzt nicht aufholen. Du hast den Ruhe zusammenbauen. Ja, ja, kein Problem. 5,55 Euro ist mein Geld. Das ist sogar die Originalbewicklung bei dem noch drauf. Das ist die Original-China-Bewicklung noch. Ja, aber ich kenne mich da nicht aus, ich sage es einfach nur nach. Also der hat auch noch mal eine paar Nummern besser drauf gemacht. Das ist immer der Plus nicht mehr als letztes. Bei der Übige ist immer Plus, klar. So gehört es ja auch. Ja, deswegen bin ich gerade so verblüht. Da auf der Wiese rum, du. Einfach aufheben. Ja, genau, genau. Das ist doch geil. Ja, jetzt gehe ich auch einfach raus. Du hast dich da schon drei Wochen gesucht hier nach dem Wacken, gell? Ja, genau. Das vermute ich halt auch mal. Das vermute ich. 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 Das ist nochmal ein originales T-Shirt, das ist von Kippert. Kippert 4,39 4,55 Könnte aber auch mehr sein. Kippert 4,50 4,50 5,50 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 6,50 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 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ja, zweimal ist er durchgeflogen. Ja, 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 ja. Ja, das ist ein Schnitt von 4,47, aber...